10 Okay, fünf, vier, drei, zwei, eins. Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Ich hoffe es geht euch gut. Ich bin noch ein bisschen aus Atem, weil ich habe gerade meinen persönlichen Rekord gebrochen und zwar drei Kicks in einer Sekunde in zehn Sekunden. 30 Kicks. Das waren so Low-Middle-Kicks, kann man dazu sagen, aber ich habe versucht ein ganzes Speed rauszuholen und ihr seht, es ist möglich und das auch als Heavyweight, als Schwergewicht. Ganz klar. Wie kann man sowas trainieren? Einfach diese Übung, die ich gerade gemacht habe am Box, so schnell wie es geht innerhalb von zehn Sekunden versuchen zu gehen oder auch Schnellkrafttechniken wie Sprint, Hochsprünge, alles was Exklusivität beinhaltet. So kann man das üben. Das mache ich vor jedem meiner Kämpfe oder auch allgemein im Training. Deswegen habe ich die Spritzigkeit, die Schnelligkeit und Exklusivität auch als Schwellgewichtler. Was da auch noch extrem hilft, sind diese Bänder, Däuserbänder. Diese Bänder gibt es nicht mehr auf dem Markt, das sind noch damals die Bänder von Taekwondo. Aber an sich, Däuserbänder zwischen den Beinen oder Füßen spannen und dann eben kicken, dass man Widerstand hat, kann man auch machen beim Boxen. So trainiert man die Schnellkraft, auch Schlagkraft und Schnelligkeit vor allem. Und ja, Markus, nimm mal die Kamera mit und wir zeigen, dass es hier auch kein Fake ist. Das war tatsächlich ich am Boxsack. Hier, wie ihr seht, mein Boxsack. Das war ich, nicht dass der eine oder andere kommt. Das war der Smolik doch gar nicht. Ich habe zum Glück mein Tattoo, ich habe mein T-Shirt. Den Boxsack, meine Größe. Also Leute, versucht es einfach mal nachzumachen. Schreibt mir euren persönlichen Rekord unten in den Kommentaren rein. Würde mich sehr interessieren. Vielleicht überbietet mich einer mit 31. Wenn das jemand schaffen sollte, kontaktiert mich. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Das war euer Michael Smolik. Wenn ihr mehr von mir lernen wollt, gerade was Schnelligkeit und so angeht, www.wegzumweltmeister.de Mein Online-Trainingsprogramm. Das war die Uhr. Das war das Abschlusszeichen. Wir sehen uns. Haut rein. Ich bin einfach. Ich bin einfach. Du bist aufhören.